Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ein kleines Extra heute mal einfach nur nebenbei und ich hoffe, ich habe euch erschrocken, damit das auch ein Extra ist. Ja, ähm, ich muss mal kurz die Facecam justieren und ziehe sie mal ins Bild. Wartet. Habe ich vergessen. Ja. Das ist ein alternativer Bounceback von dem Aurora-Mining-Vessel. Ihr Distress-Signal wurde geschlossen. Ein Ergänzungs-Relief-Team wird zu Ihrer Location eingestellt. Die estimated Erreifungzeit ist 9, 9, 9, 9, 9 Stunden. So, gequassert wurde wieder genug. Wir, ähm, wollen in die Tiefen der Meere. Ja, wir wollen bis zu 1600 Meter tief tauchen. Das kann ich eigentlich nur im Experimental-Modus momentan. Und, ähm, ja, das werden wir einfach mal tun. Welcome aboard, Captain. Aber dafür, ähm, ich möchte unbedingt den Sonar haben, brauchen wir noch ein bisschen Sachen. Ich habe den Kreativ-Modus gestartet, weil wir hier natürlich, wie gesagt, ähm, drauf scheißen können. Ne, das ist die Motte, die stirbt nicht, die geht nicht kaputt. Alles, alles gut. Und, ähm, ja. Damit können wir dann einfach mal easy locker tauchen. Ich möchte aber dennoch, wie gesagt, noch ein bisschen was equippen. Da schmeiße ich mir einfach mal ganz schnell eine andere Bucht hin. Na, da war sie. Wir werden einiges entdecken. Aber nicht allzu viel. Nein, ich will nicht zu viel verraten. Und werden dort, ähm, ja, zukünftige Biome besuchen. Ne, also so ein bisschen Spoiler ist es schon. Definitiv. Achso, das brauche ich doch gar nicht. Wartet. So. Woo. Puls Cannon for Extrasuit. Ich werde verrückt. Die ist neu. Extrasuit Bohrarm. Aber wir können den Extrasuit noch nicht machen. Extrasuit Jump Upgrade. Extrasuit Thermal Reaktor. Extrasuit Grappling Arm Modul. Ich kann den Extrasuit nicht bauen. Leider. Habt ihr ja gerade gesehen. Torpedosystem. Ja, bla, bla, bla. Okay. Ähm, wir wollen haben. Wir haben eh unendliche Energie. Ist egal. Äh, auf jeden Fall. Wo ist das denn, das Ding? Bin ich doof da? Also, na. Für unsere kleine Reise. In den tiefen, in den tiefen Zukunften von Sapnautica. Was uns da erwarten wird, wird wahrscheinlich gigantisch. Aber sie sind fleißig am Bauen. Man sieht's. Ihr werdet's gleich mitbekommen. So. Da. Ihr werdet's gleich mitbekommen. Denn wir bewegen uns jetzt. Wo ist die Insel? Da. In diese Richtung. Es wird tief. Es wird sehr, sehr tief. So. Das ist der Sonar. Das benutze ich im, äh, äh, Singleplay, würde ich gerade sagen. Im Let's Play äußerst selten. Ist aber echt von Vorteil, wenn man das besitzt. Kein Scheiß. Und da seht ihr, ja. Dann lässt sich erahnen, wo was ist oder welche Eingänge man finden kann. Aber. Wahre Profis finden diesen Eingang, den ich jetzt gerade ansteuere, sowieso. Mit links. Da braucht man keinen Sonar. Und ihr werdet sehen. Da kommt was auf uns zu. Da kommt was Gigantisches auf uns zu. Und das in unglaublichen Tiefen. Kein Schiff schafft bis jetzt diese Tiefen. Muss ich zugeben. Ey, gibt's schon Wachsapp, wo die Aurora nicht explodiert ist. Interessant. So. Fahren und fahren. Ich finde das Loch. Und dann geht's runter. Bis auf 1600 Meter. Dort werden wir mehrere Biome durchfahren. Die natürlich noch nicht fertig sind. Erstaunlicherweise. Ach, ich will nicht so viel verraten. Werdet ihr gleich sehen. Boom. Und. Auf geht's. Guckt auf die Meter. 200 Meter darf die Motte. Wir sind im Kreativmodus. Das ist der Motte eigentlich ziemlich egal, wie tief sie ist. Deswegen hier auch ein Extra. Sonst hätte ich das natürlich auch im Let's Play gemacht. Aber da keine Schnitte. 1600 Meter schaffen wir im Let's Play nicht. Außer ich bringe mich um. Und das will ich ja nicht. Dann kann ich dann ganz schnell dahin mit der Luft, die ich noch habe. So, ein bisschen in der Richtung. Ja, ich bin so ein kleiner Pfadfinder geworden hier. Seht ihr? Der Sonar ist echt gut. Einfach nur immer, immer tiefer. Wir sehen hier diese weißen Pflanzen. Die kennen wir schon zu gut. Hier ist auch alles schon so gut wie fertig, was das Biome betrifft. Also wir sehen Ressourcen. Und, und, und. Halt, ich muss da dann. Oh, das sieht echt irre aus. So, Sonar ist schon was Praktisches, ne? Gut. Es ist nicht allzu schwer, den Weg zu finden in den unendlichen Tiefen. Aber, ähm, man kann sich tatsächlich doch verfahren. Vorsicht. So wie ich jetzt gerade. Nein, da geht's weiter. Da geht's tiefer. Und da wollen wir hin. Oh. 500 Meter haben wir gleich geschafft. Ist noch gar nichts. Wir wollen 1600 Meter schaffen. Und da ist ein Blitzi. Und ein Wrackteil. Wirklich nur Profis wissen den Weg. Nein, Quatsch. Den findet jeder. Ist super einfach. Noch ein Blitzi. Wir wollen aber eigentlich. Wir wollen so unendliche Energie haben. Ohne unendliche Energie ist das sehr schwierig hier. Bizzi interessiert sich auch gar nicht so für uns doch. Interessiert sich ganz schön für uns. Wir wollen natürlich jetzt bei 600 Meter einen Eingang finden. Und zwar hier lang. Nein, da ist eine Wand. Da lang. Hier lang. Da lang, hier lang. Hier lang, da lang. Und ihr merkt, Gurkenwasser entsteht. Ja, ich bin auf dem richtigen Pfad. Hier ist was Neues. Das kennen wir noch nicht. Also ich kenne es jedenfalls noch nicht. Grüner Schleim aus diesem Unterwasservulkan. Oder was auch immer das ist. Ruckelt hier und da mal. Tut mir leid. Da kommen hier noch Schwebepflanzen dazu. Die sind auch noch ziemlich neu. Und mir persönlich sind sie unbekannt gewesen. Also mir sind sie neu. Muss ich sagen. Sieht komisch aus. Oder das sind Pflanzen, die eigentlich in den Boden stecken sollten. Weil der hier auch eine Luft fliegt. Ich weiß es nicht. Gut. Weiter geht die Reise. Ich werfe nochmal den Sonar an. Nur für die Optik eigentlich weiß ich ganz genau, wo es lang geht. Aber wir werden den Kern. Den Kern der Erde finden. Den Kern von Nautica. Ein bisschen Spoilern ist das ja schon. Muss ich zugeben. Aber wir können es ja alle spielen. Nicht nur ich. Er auch. Oh, ist das geil. Das Geräusch. Also ein Echo noch dazu. Wir müssen einfach nur fahren. Da rechts von uns ist das Skelett. Das kennen wir alle schon. Das habe ich schon mal entdeckt. Ganz entsetzt. Und in den Tiefen, die wir uns jetzt befinden, können wir ja selber tauchen. Mit der Motte mit 900 Meter. Kein Problem. Nun geht es aber weiter nach links. Da war ich ja auch schon mal. Da wurden wir aber leider in Strich durch die Richtung gezogen. Weil Tiefen erreicht wurden, die wir nicht erreichen können. Okay, Licht sollten wir nicht anlassen. Und jetzt wird es unheimlich. 840 Meter. Ihr seht, das geht tatsächlich tiefer. Da sind Biome, die sind schon eigentlich ziemlich gut im Bau. Muss ich zugeben. Die sind schon modelliert. Die sind schon bespickt mit Loot tatsächlich sogar gleich. Also was heißt Loot mit Ressourcen. Wird ihr gleich sehen. 900 Meter erreicht. Damit ihr ein bisschen was seht, mache ich das immer hier. Und laufende Band. Da ist so eine Schlucht. Und jetzt wird es rot. 1000 Meter sind wir gleich tief. Und die Welt von Subnautica ist noch nicht zu Ende. Noch lange ist sie nicht zu Ende. Seht ihr? Lava. Ja gut. Die macht Sinn hier. Lava macht Sinn in den Tiefen. Ein Kilometer tief. Da denkt man, krass. Aber wir müssen einfach nur ein Stück zurückfahren. Da oben ist eine Höhle. Also eine Decke. Müssen wir einfach nur hier langfahren jetzt. Und dann mache ich mal noch so nah. Hup. Und da seht ihr. Was geht da noch weiter? 1.150 Meter tief. 1.150 Meter tief. Hier finden wir momentan noch gar nichts. Kein Lebewesen. Und Überraschung. Es gibt Ressourcen. Was findet man in 1.200 Meter Tiefe? Diamanten. Können wir behalten. Man findet Diamanten. Zum Beispiel. Und? Ich mache mal noch einen auf. Eventuell. Gibt es ja was Neues. Na ich glaube nicht. Also ich glaube grundsätzlich hier durch den großen Druck entstehen Diamanten aus allem möglichen Scheiß. Aber. Wir sind noch lange nicht unten. Den Kern. Den werden wir jetzt finden. Hier ist eine Sparte. Müssen wir mal ein bisschen höher wieder. Und finden jetzt. Ich würde sagen. Dass es geplant ist als Zentrum. Eine ganz komische Gebilde. Und es wird hier sehr sehr rot. Also ich schätze mal. Es wird hier sehr warm sein. Das Zentrum von Subnautica. Gleich wird es sehen. Wer weiß. Was für eine Relevanz. Das später für uns haben wird. Im Spiel. Als Story. Das macht mich auch ganz neugierig. Wir sind 1.230 Meter. Tief. Und hier ist es. Das schafft er so nah nicht mal richtig. Weil es einfach so gigantisch ist. Ihr seht es. Ich befinde mich gerade da drüber. Schwimm mal runter. Da. Hier ist so eine dicke Wulst. In der Mitte. Und drum rum. Sind. Einfach diese Gebilde. Aber das war noch nicht alles. Wir können tiefer. Auch das haben die Entwickler schon geplant. Wir müssen nur gucken genau in welchen Gang. Es gibt. Mehrere Möglichkeiten. Und das sieht schon so aus. Da ist er. Wir können einmal im Kreis fahren. Hier ist alles zu. Bis auf einen Tunnel. Der noch tiefer in den Tiefen geht. Und da sehen wir Lava Flüsse. Uiuiuiui. Und entdecken. Das hier. Das ist. 1.500 Meter knapp tief. Man kann hier bis auf 1.600 Meter tief kommen. Man muss nur halt das richtige Löchlein finden. Oder unendlich tief tauchen. In dem App ist ja auch irgendwo zu Ende. Und hier habe ich aufgehört zu gucken. Hier kommen keine Wands. Wie man sieht. Doch kommt. Also meine Batterie wäre schon lange leer. Ruselig. Jetzt habe ich 1.600 Meter gesagt. Und bin 1.450 im Tief. Aber ich bin 1.600 Meter tief gewesen vorhin. Und hier gibt es nämlich noch einen Abgrund. Der sehr interessant aussieht. Und zwar ist er sandig. Was gar nicht passt. Irre oder? Hier habe ich ein Video gesehen von jemandem. den. Den. Den großen. Neuen. Bösewichten. Fisch da gefunden. Und. Ähm. Ich glaube der hat den her gescheatet. Aber ich schieh jetzt. Kein Fisch dazu. Na. Wir sehen. Wir sind umzingelt. Von Wände. Und das ist hier schon ziemlich irre. Na. und dann gibt es hier teilweise noch so Löcher die führen sehr tief also nicht allzu tief ah, man dreht sich hier drin und findet einfach nur einen Erdboden das war's ob das irgendein Bewandtnis hat später? ich mag es zu bezweifeln ich denke mal hier wird noch ein bisschen modelliert durch diesen Sonar sehen wir halt mehr als das normale Auge vielleicht gibt es ja einen Tunnel der einfach wirklich weiterführt ja, das scheint aber auch Erdboden zu sein auf jeden Fall sehr sehr abenteuerlich fast 1700 Meter tief haben wir mal so eine kleine extra Reise gemacht ich finde das ganz interessant aufgrund das ist immer ein großes Loch vielleicht gibt es ja noch einen Tunnel man dreht sich auf jeden Fall wie verrückt nee, das sieht so abgeschnitten aus das geht in die Unendlichkeit und noch viel weiter oh wo zum Teufel sind wir? wir sind irgendwo da wo wir nicht sein sollten bei fast 2000 Meter Tiefen nein, ich glaube das ist der Grund von Satnautica momentan ich sage danke für's Zusehen wir sehen uns in der nächsten Folge noch ein bisschen scannen nee, hier ist einfach nur eine Wand auf Wiedersehen